Ithaka ist noch ein bisschen kleiner, etwa zehn Kilometer kürzer als dieses Kytera, Insel der Aphrodite, das man auch approximativ und grob sondierend in praktisch einem Tag erkunden kann. Erstmals, es gibt ja praktisch nur drei oder zwei große Straßen, die eine führt vom Süden, von Kytera, Cora mit alten Namen nach Norden, den wir gerade fast erreicht haben. Und dann geht noch eine Stichstraße ab nach rechts Richtung Flughafen und Hafen.